Ihr Geld? Das geben Sie nicht irgendwem. Die Sicherheit Ihrer Daten und Transaktionen ist für uns deshalb nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern die Basis für Ihr Vertrauen in Cortal Consors. Gerade weil man nie hundertprozentig sicher sein kann, tun wir alles, um Ihre Daten vor Missbrauch zu schützen. Wer sich für Cortal Consors entscheidet, darf mit Sicherheitsfeatures rechnen, die in vielen Fällen über den Standards unserer Wettbewerber liegen. Sobald Sie sich auf der Seite eingeloggt haben, können Sie Ihre Sicherheitseinstellungen im Menüpunkt Verwaltung einsehen und verändern. Zum Beispiel Ihre mobile TAN. Mit diesem innovativen Verfahren lassen sich Online-Transaktionen sicher und flexibel abwickeln. Zunächst hinterlegen Sie dazu bei Cortal Consors eine deutsche Rufnummer. Wie beim herkömmlichen TAN-Verfahren legitimieren Sie dann Ihre Aufträge per Transaktionsnummer. Mit dem Unterschied, dass Sie von nun an immer eine gültige TAN zur Hand haben, wenn Sie sie brauchen. Sie bekommen sie einfach auf Ihr Handy geschickt. Auch unterwegs müssen Sie so keine TAN-Liste mehr mit sich führen, die eventuell in fremde Hände gelangen könnte. Ein weiterer Vorteil, unser mobiler TAN-Service kostet Sie keinen Cent. Ähnlich komfortabel funktioniert der TAN-Generator von Cortal Consors. Mit diesem kleinen Gerät können Sie ganz einfach beliebig viele TANs flexibel jederzeit abrufen. Denn auch hier wird Ihre TAN genau dann erstellt, wenn Sie sie brauchen. Aber keine Angst, jede TAN, die Sie generieren, ist nur für kurze Zeit gültig. Und weil Sie zwei voneinander unabhängige Medien, Ihren TAN-Generator und Ihren PC benutzen, sind Sie noch besser vor Betrug geschützt. Außerdem ist jeder TAN-Generator personenbezogen. Das heißt, er gilt nur für die Konten und Depots, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben. Apropos Sicherheit. Geben Sie niemals mehrere TANs für eine Transaktion ein, auch wenn Sie annehmen, sich auf einer Cortal Consors-Seite zu befinden. Hinter solchen Mehrfachabfragen stecken oft Viren oder Trojaner, die Ihren Online-Account erheblich schädigen können. Informieren Sie in einem solchen Fall umgehend Ihr persönliches Beratungsteam oder den Internet-Support von Cortal Consors unter support-at-cortalkonsors.de. Gleiches gilt, wenn Sie Ihre PIN oder TAN vergessen oder verloren haben oder Ihre Unterlagen gestohlen wurden. Generell ist es notwendig, dass Sie Ihren Rechner mit einer Firewall, einem Virenscanner und einer Anti-Spy-Software ausstatten und diese regelmäßig aktualisieren. Faktualisieren 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 Faktualisieren